Hallo, ich bringe euch heute unsere Tagesenergie mit. Und zwar habe ich hier eine Karte aus den Antworten der Engel-Orakel gezogen. Und hier kam die Karte Hilfreiche Personen. Das heißt, du wirst heute mit Menschen in Berührung kommen, die dir auch hilfreich zur Seite stehen. Das heißt, wenn du Probleme hast, vertraue dich anderen Menschen an. Sie können dir wirklich in deiner individuellen Situation sehr hilfreich sein. Es kann aber auch sein, dass Menschen zu dir kommen, die deine Hilfe brauchen. Dann möchte ich dir diese Karte sagen, du bist eine hilfreiche Person heute. Du kannst Menschen heute sehr, sehr gut helfen, sehr, sehr gut motivieren und bist einfach für die Menschen da. Also ich finde diese Karte sehr, sehr schön als Tagesenergie. Sei hilfsbereit, aber nimm auch Hilfe an, wenn es dir heute nicht so gut geht. Ja, da entscheide einfach, welche Situation für dich stimmiger ist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sende dir ganz liebe Grüße. Ciao!